Das wird uns, glaube ich, ziemlich hilfreich sein. Und dann schmeißen wir erstmal den Raketenwerfer wieder raus und nehmen hier... Oder den Granatwerfer jetzt. Und nehmen hier unser Ultra-Gewehr wieder mit. So. Was ich vielleicht mal machen sollte... Ich speichere mal kurz. So. Perfekt. Guck, dann nehmen wir jetzt mal gleich hier das hier. Verbündete. Okay. Ach. Alter. Was zum Teufel. Guck mal, machen wir kurz was. Ich werde diese Struktur jetzt hier zerstören. Die ist infiziert. Ganz ehrlich, das ist mir definitiv lieber, als dieses Ding da hängen zu lassen. Oh ja. Oh ja. So. Auf geht's. An die Front. Ich bin mal gespannt, wie lang eigentlich... Wann wir denn jetzt endlich Adam Hale finden. Und vor allem, wie... Wie lang insgesamt das Spiel eigentlich noch geht. So. Boah. Jetzt hauen wir hier jetzt erstmal hier... Fahrt zur Hölle. Nein! Nein! Oh Gott sei Dank. Aber wie knapp. Wie war das? Den Druckstoß nicht einsetzen, wenn man auf einer Brücke oder irgendwo steht. Oh Mann. Ich bin aber auch ein Held. So. Mal regenerieren hier ein bisschen. Wenn wir hier die Gegner abknallen. So. Komm schon. Komm schon. Was haben wir denn jetzt hier? Singularitätsgranate. Vorher ein schwarzes Loch ab, das alles in Reichweite verschlingt, bevor es explodiert. Alter! Ich traue mich gar nicht, dass es auszuprobieren. Ich glaube, ich hebe mir das erstmal auf, bis ich mehr Munition habe. Ein schwarzes Loch, das alles verschlingt. Wirklich alles? Oh oh. Nichts sonderlich intelligent, muss ich zugeben. So, komm, wir probieren jetzt mal, was? Alter! Alter! Verschwinde! So. Okay. Und drüben ist wieder ein Terminal. Ich glaube, so viele Punkte haben wir noch gar nicht. So, komm, wir reparieren jetzt mal hier alles. Wo genau müssen wir hin? Wir müssen da runter. Dann gehe ich jetzt erstmal woanders hin. Gehe ich jetzt nämlich erstmal da nach hinten und hole mir die ganze Muni, die da rumliegt. Und ein Audiolog. Wir sind jetzt seit 26 Stunden, seit unserem letzten Kontakt mit den Kolonisten. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns in den Schmerzen der Schmerzen haben. Der Schmerz hat angefangen, um mit den Top Generals zu konzentrieren mit den Top Generals. Whatever die Red Faction´s Plan ist, wir wissen, dass es in hohe Konsequenzen ist. Wir sind bereit für das. Wenn sie eine Krieg haben, wir geben ihnen einen. Oh. Okay. Ich habe schon mal gesagt, dass ich den Kanatwerfer liebe. Äh, den Magnetwerfer liebe, ne? So. Ähm. Barschrott, Barschrott, Barschrott. Na. Na. Was? Ach, schon wieder? Komm, jetzt ist ein schönes Gebäude jetzt hier auf jeden Fall. Ich lasse hier nichts hängen, wo Alien-Strukturen dran sind. Definitiv nicht. Wir sollten das jetzt auch endlich mal benutzen. Zwölf Schuss. Ja, das benutzen wir jetzt. What the fuck? Fuck. Auch wenn wir uns dadurch den eigenen Weg kaputt machen, aber... Das muss jetzt echt mal sein. So. Alter, ist das der. Der Singularitätswerfer ist ja mal nicht mehr von dieser Welt. Das ist ja... ...wirklich pervers. Irgendwie, aber ich... ...höre definitiv noch Feinde, aber irgendwie scheinen hier keine mehr zu sein. So, das brauchen wir jetzt so nicht. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Erstmal noch ein bisschen Barschrott. Ach, verdammt, nur 807. Das heißt, ähm, ganz knapp vorbei. 20 Punkte und wir hätten noch eins kaufen können. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht das... ...letzte, was wir hier finden. Alter. Was haben wir denn jetzt hier? Ah. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Da hat's wohl den Geist erwischt. Oh, nee, der lebt ja noch. Alter! Scheiße! Und hier ist immer noch ein Geist. Das bringt ja gar nichts. Der Geist blockiert uns hier jetzt auch noch den Zugang. Jetzt würde ich wirklich gerne wissen, wo der scheiß Geist ist, damit wir hier endlich durchkommen. Oder ist es etwa das Spiel, was uns den Zugang blockiert? Lauf schneller, um Gottes Willen! Mason! Scheiße! 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 Das ist seltsam, dass tatsächlich es gewährt. Die Waffe ist, die am meisten gegen das Vieh bringt. Schneller, um Gottes Willen! So. Fehlt noch einer. Wo ist denn unser Geist? Ah, das... Doch, hier ist noch ein Geist. Wo bist du, du Scheißkerl? Und hier hinten flirrt die Luft kaum noch. Aber dort hinten schon ganz schön. Das heißt, hier muss irgendwo noch einer rumrennen. Und den holen wir uns jetzt. Geist! Hallo! What the fuck? Alter! Scheiße, das ist mein Gewehr! Gott sei Dank. Okay. Okay, 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 okay. Die Hälfte haben sie, das ist gut. Tippe Q an, um die Druckschussfähigkeit zu aktivieren. Na, sag bloß! Alter, kackt hier die Framerate ab. Das ist ja nicht mehr heilig. Komm schon. Okay, come on. Sam, try and access the Marauder Network. Find out where the damn books are freaking in. They're using a nearby bridge to cross the magneto-frames. If you take that bridge out, you could buy us some time. I'm on it. Untertitelung. BR 2018